So und jetzt sind wir also im Moment in der höchsten Auflösung, wo ich im Moment verarbeiten kann und das ist 2880 x 1440. Ich werde dann noch im Kanal unten die Tabelle verlinken, wie das ausschaut, dass ihr da nicht jedes Mal das Video nochmals anschauen müsst, sondern dass ihr die Tabelle gleich unten habt. So, das war also mein kleiner Test für heute. Ich hoffe, wir sehen gewisse Differenzen bei den Einstellungen. Was ihr beachten müsst, beim YouTube-Kanal unten gibt es so ein Zahnrad und dort könnt ihr draufklicken und dann seht ihr auch die Einstellung, wie hoch das eingestellt ist. Es kann sein, dass YouTube eine relativ geringe Auflösung anwendet und dann bitte dort die Qualität hochstellen, so hoch wie es geht, dann seht ihr auch den Unterschied. Und natürlich das Equipment, also euer Bildschirm etc. muss auch mitmachen und muss diese hohen Auflösungen auch zeigen können. In diesem Sinne einen schönen Abend und bis zu den nächsten Videos. Wenn dir die Videos gefallen haben, bitte einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne Fragen und Anregungen unten ins Kommentarfeld geben und ihr könnt auch bitte meinen Kanal abonnieren. In dem Sinne gute Zeit, schönen Abend und bis zu den nächsten Videos. Tschüss! So. Und stets. So. 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 Vielen Dank.